Das ist Peter. Peter besitzt eine Firma, die einen Auftrag in Hamburg erhalten hat. Da Hamburg ziemlich weit weg von Peters Firma entfernt ist, benötigt er für seine Mitarbeiter eine flexible und preiswerte Unterkunft. Bei der Suche bemerkt Peter allerdings, dass Wohnungen nur langfristig gemietet werden können und Hotels eine zu teure Alternative sind. Im Internet findet Peter die K357 Monteurzimmer Hamburg und Umgebung. Das K357 bietet komplett möblierte Zimmer zur flexiblen Kurz- und Langzeitmiete in der Metropolregion Hamburg an. Neben komplett ausgestatteten Unterkünften mit Gemeinschaftsbädern und Küchen werden zusätzlich kostenfreie Parkplätze und Highspeed-Internet in allen Einrichtungen garantiert. Und das Beste? Peter braucht keine langfristigen Verträge abschließen, sondern kann die Unterkünfte für seine Mitarbeiter jederzeit flexibel hinzubuchen oder verlassen. Zusätzlich unterstützt ein mobiler Hausmeister sowie ein Serviceteam die Bewohner bei all ihren Anliegen, um einen reibungslosen Aufenthalt zu garantieren. Peter ist so begeistert, dass er direkt ein Angebot mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis anfordert und entscheidet sich für K357. Mache es wie Peter und profitiere von unserer jahrelangen Erfahrung mit Handwerker-Monteursfirmen in der Hansestadt Hamburg und Umgebung. Fadere heute noch dein unverbindliches Angebot an auf www.stadt-unterkunft-hamburg.de